Parodontitis ist eine ernste Erkrankung, die die Gesundheit der Zahnähe und des Zahnfleisches beeinträchtigen kann. Es ist wichtig, die Anzeichen und Symptome dieser Erkrankung fra ein Viertel zeitig zu erkennen, um eine angemessene Behandlung zu erhalten. In diesem Video werde ich die haufigsten Anzeichen einer Parodontitis erlautern, damit sie rechtzeitig handeln kann ihn. Ratung und Schwellung des Zahnfleisches Eines der ersten Anzeichen einer Parodontitis ist die Ratung und Schwellung des Zahnfleisches. Wenn ihr Zahnfleisch geratet und geschwollen aussieht, kann dies ein Hinweis auf eine Enza-Einviertelndung sein, die auf eine Parodontitis hinweist. Dies tritt aufgrund der Ansammlung von Bakterien auf und unter der Zahnfleischlinie auf. Zahnfleischbluten Ein weiteres haufiges Anzeichen F1,4 der Parodontitis ist Zahnfleischbluten. Wenn sie beim Zahneputzen oder Zahnseide verwenden regelmaig Zahnfleischbluten bemerken, kann dies auf eine Enza-Einviertelndung des Zahnfleisches hinweisen. Dieses Bluten tritt aufgrund des Angriffs der Bakterien auf das Zahnfleisch und die darunterliegenden Gewebe auf. Schlechter Atem Menschen mit Parodontitis leiden oft unter schlechtem Atem, auch bekannt als Halitosis. Dies liegt daran, dass die Bakterien in den Enza-Einviertelndeten Bereichen des Zahnfleisches Gera-Einviertel G verursachen, die zu Mundgeruch F1,4 renn kann ihn. Wenn sie trotz regelmaiger Mundhygiene anhaltenden schlechten Atem haben, kann dies ein Anzeichen F1,4 R Parodontitis sein. Lockere Zahnie Fortgeschrittene Parodontitis kann dazu F1,4 renn, dass sich die Zahnie lockern und sich verschieben. Dies geschieht aufgrund des Knochenra 1,4 C Kans um die Zahnie herum, der durch die Enza-Einviertelndung verursacht wird. Wenn sie feststellen, dass sich ihre Zahnie bewegen oder lockern, sollten sie dies als ernstes Zeichen F1,4 R Parodontitis betrachten. Empfindlichkeit der Zahnie Eine Parodontitis kann auch zu einer erharten Empfindlichkeit der Zahnie F1,4 renn. Wenn sie beim Essen oder Trinken von Hayaien, Kalten oder SA1,4 Einspeisen, Schmerzen an den Zahnienen verspareinviertel renn, kann dies auf eine Parodontitis hinweisen. Dies liegt daran, dass die Enza-Einviertelndung des Zahnfleisches die Zahnie empfindlicher macht. Wehrandierungen in der Zahnstellung Wenn sich ihre Zahnie platzlich verschieben oder sich ihre Position a ändert, kann dies auf eine Parodontitis hinweisen. Der Knochenabbau, der durch die Enza-Einviertelndung verursacht wird, kann dazu F1,4 renn, dass sich die Zahnie ungleichmaheich bewegen. Dies kann auch dazu F1,4 renn, dass sich die Zahnzwischenra um Ivergra eiern. Schmerzen beim Kauen Parodontitis kann auch zu Schmerzen beim Kauen F1,4 renn. Wenn sie beim Kauen von festen Lebensmitteln Schmerzen im Bereich des Zahnfleisches oder der Zahnie verspareinviertel renn, kann dies auf eine Enza-Einviertelndung und Infektion in diesem Bereich hinweisen. Dies kann dazu F1,4 renn, dass sie bestimmte Lebensmittel meiden, ma 1,4 Sn, um Schmerzen zu vermeiden. Wenn sie eines oder mehrere dieser Anzeichen bei sich bemerken, ist es wichtig, einen Zahnarzt aufzusuchen, um eine genaue Diagnose zu erhalten und eine angemessene Behandlung zu beginnen. Eine Parodontitis kann ernste Folgen haben, einschlieeilig Zahnverlust, wenn sie nicht rechtzeitig behandelt wird. Daher ist es wichtig, die Anzeichenfra einviertelzeitig zu erkennen und zu handeln. Es ist auch wichtig, eine gute Mundhygienepraxis aufrecht zu erhalten, um das Risiko einer Parodontitis zu verringern. Dazu GHRT-Regelmaeiges Zahneputzen, Zahnseide verwenden und Regelmaeige Zahnarztbesuche F1,4 R professionelle Reinigungen und Untersuchungen. Durch diese Mainamen kann ihnen sie die Gesundheit ihrer Zahnie und ihres Zahnfleisches erhalten und schwerwiegende Erkrankungen wie Parodontitis vermeiden. Insgesamt ist es wichtig, die Anzeichen einer Parodontitis zu erkennen und rechtzeitig zu behandeln, um ernsthafte Folgen zu vermeiden. Durch regelmaeige Zahnarztbesuche und eine gute Mundhygienepraxis kann ihnen sie dazu beitragen, die Gesundheit ihrer Zahnie und ihres Zahnfleisches zu erhalten und Parodontitis vorzubeugen. Handeln sie also FRA einviertelzeitig, wenn sie Anzeichen einer Parodontitis bemerken, um ihre Mundgesundheit zu FRA einviertelzehen. Grazie. Schönen Sie nach.